Moin Moin Herzlich Willkommen wieder bei der nächsten Folge bei Black Ops 3 Ich bin ein guter Sachsi und ja heute bin ich wie letzte Woche im Black Ops 3 Äh nur ist auch in der gleiche Loppe, ich nehme noch eine Programme Hallo Ja aber ich habe den Aschgarten gesucht, ich bitte Das? Nein von hinten von hier Ruin ausgeschaltet Nein Ich habe ihm nicht genug Schaden gemacht Mano Leute Da kommt Einer kommt noch von hinten Einer ist ja Jut Ach ne Hab ich nicht ge- Alter Ich hasse die Spieler manchmal Danke Alter wo sind die? Langsam bekomme ich Angst Leute Alter Haben wir noch gegen- ja Ja Ein paar Kameraden hat uns verlassen aber ja Nein Der Bastard kommt nach Nach ihm Nein Der Bastard kommt nach Komm her Komm her komm her zeig zeig deine schöne Fresse Zeig dich Zeig dich Loll Naja Zu lange gewartet Ich habe dir da ja zeig deine schöne Fresse aber leider nicht Jaa ist gut Loll Garnate Alter wie kann eben kein Anschluss stößt Loll 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 eller Loll halb Alter doch zurück halt übertrieben weiss er wieso Irgendeine Aufnahme wahrscheinlich Finde scheiße Alla Nein nein Böse, Böse, ganz Böse Warte wo? Alter der hat's gewusst, der Bastard hat's gewusst, sowas Die verschecken sich gerne hier gell Deswegen hab ich gedacht komm, vielleicht wird einer Nein, nur zwei Hits Ja, wenn ich hoffe der da ein bisschen, der wird da ein bisschen besser Alter Wieso hab ich die fucking Messer nicht benutzt, weil sonst werde ich gewinnen Mann, ne Witz Willte er mich verarschen? Nein! Fuck! Aber der hat bekommen was er verdient Wir liegen vorne, nicht nachlassen Wir liegen vorne, nicht nachlassen Feind am Boden Keine Art Puh! Scharf hab ich hier, geil Nein, das ist ein Freund Ich hab kein Muni mehr! Fuck! Was macht ihr jetzt? Musst ein Pistole nehmen Was hat Muni? Nein! 1 zu 0 hab ich Aber das ist schon gut Nochmal haben wir sie, geil! Hu! So Leute Das war echt schon spannende Runde Ich hab' nicht mehr Am Schluss Das ich nicht verwecke Ich weiß noch Ich hab' nicht am Schluss weggehört Aber war Nicht so oft geschoben Hab' ich wahrscheinlich 1 zu 0 Und schon wieder dritter Ja! So läuft und so mag ich Aber schade ich bin nicht am Ersten Aber ja So gut kann ich noch nicht spielen Ich werde nie spielen Weil ich spiele nicht oft Aber fütze fütze ist Für meine Verhältnisse Find ich Zufrieden, wenn ich Sehr Weil ich normalerweise Unter 1 zu 0 Normalweise Normalweise So Leute Ich werde sagen Das war's und wir sehen uns In der nächsten Runde Tschüss! Nächstes Mal mein ich Ciao!